So richtig viel sieht man nicht auf diesen Bildern, zumindest nicht so richtig viel Neues. Das ist das Facelift vom Golf 7 und es wird im März auf den Markt kommen. Wahrscheinlich direkt nach dem Genfer Autosalon. Was fällt auf? Es gibt eine neue LED-Grafik und auch neue Stoßfänger. Die Neuigkeiten im Inneren werden da schon etwas gravierender sein. Zwar bleibt das Interieur bis auf neue Farben und eine größere Materialauswahl fast unangetastet, aber technisch tut sich doch vieles. Es wird gegen Aufpreis einen Digital-Tacho wie beim Passat geben. Außerdem gibt es noch ein neues Multimedia-System mit Echtzeit-Staudaten und Online-Funktionen. Auch einen Staufolgeassistenten und damit teilautonomes Fahren wird es künftig geben. Alles natürlich nicht in der Basis. Die kostet dafür aber auch weiterhin nur 17.650 Euro. Das ist doch mal was Neues. Ein Facelift, das nichts kostet.